Ich habe keinen Rucksack. Ja, ich habe auch noch keinen, deswegen... Warte mal, Schuhe. Noch ein Militär. Lass mal erstmal hier gucken, ob jemand kommt. Geh mal auf die Aussicht, Christian. Ich wollte gerade sagen, ihr seid jetzt verreckt. Durch der Rucksacker. Euer Ernst? Läuft der Axt. Wer ist der Axt? Sind jetzt zwei tot?